Erstmal bei uns... nag... Hast du da gerade den Apuero während des Arm...? Was? Während des Armes? Ne N... Nee. Komm so nachher. Ich würde niemals während des Armes wegspringen. Nee, der war kein Arm. Der kam dann nachher. Also wäre mir neu, dass der Golem direkt in der ersten Minute schon in den Arm schmeißt. Jetzt haben wir eher nicht die erste Sekunde. Auf Wiedersehen. Bist du los bist? Zu wenig allein bist du lustig? Bist du los bist? Bist du los bist? Ja, aber rutscht nicht aus, ne? Schnell zum Penny, bevor die Belgier Mittagspause haben. Ja, am Samstag. Aber ja, mach das mal. Mach das mal schnell. Ja, wir haben Samstag, Sarah. Guten Morgen. Wird wahrscheinlich sowieso ein bisschen voller sein, wenn die älteren Herrschaften einkaufen. Ganz schnell waschen, damit ich sehr viel vom Stream verpasse. Das so viel verpasste, glaube ich, nicht mehr bei Olu. Ich muss vielleicht ein bisschen suchen, aber Sarah ist ja noch loster als ich. Ihr nehmt euch gerade alle nicht so viel. Aber ich kann nicht schon jetzt sein. Ich bin nicht los. Oh, sonst weiß er mal. Oh, Kari. Restos Sam. Um, um, um. Wenn ich nicht wiederkomme, weißt du Bescheid? Da hast du die Eugangstüte nicht mehr gefunden, oder was? Steckt ein Brennungsstau in der Kasse, was? Möglich. Bei dir ja meistens immer vormittags einkaufen gehen, ne? Ja. So 8 Uhr oder sowas, glaub ich. Ich geh nicht gern vormittags einkaufen. Also auch in der Woche, ne? Hallo Gerrit. Thema Werbung. Okay, das ist krass. Tja. Da wird wohl ein Abo, fänd ich. Finde ich da. Ihr habt nix gemacht, ich bin ihm nur am Grinden, ne? Ihr habt nix gemacht. Schon noch nicht mehr gehört, dass jemand Werbung hat. Da fallen so viele. Frage mich hier nicht. Ich bin am Reinden. Twitch braucht Money. Entscheint. Ich bin aber nicht. Ja. Also war's. Okay. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Es ist froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich guck gerade, wir haben vor jedem Video hier. Ach, ich weiß noch, warum die anderen keine Werbung hörten. Weil alle anderen natürlich schön brav gesoppt haben. So ein Ding ist das. Oh, ich hab hier vielleicht ein kleines Problem. Okay. Ich hab nicht bekommen, was in der nächsten Sorte. Hallo Sveni. Gib mir mal einen Zap. Ey, du bist doch reicher Student. Zap doch selber. Oha. Ah, wie geht's dir Gerrit? Alles gut gehen? Nein, er hätte das alleine machen müssen. Wenn es Liebe ist, hätte er es selbst machen müssen. Aber kurz geht raus, dann nenn ich Fingerschenke zurück und gerett. Ich bin ein Glück, dass die Scheine so lieb ist. So wie ich mich kenne, krieg ich jetzt noch eine Werbung. Sollte eigentlich nicht passieren. Äh. Äh. Ich stecke im Baum. Ich wollte das nur erwähnt haben. Ich stecke im Baum. Okay, hallo? Ich kann... Ich komme nicht mehr raus. Zur Hebe. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Wie hab ich das weggemacht? Ist der Trick 70 gewesen. Ohne läuft eigentlich nicht ganz gut. Ich äh. Warte. Wo komm ich denn raus? Ich hasse alles. Also... Okay, warte. Darf ich hier reinspringen und von unten eine kassieren? So. Ich glaube, ich bin da voll reingeslidert mit meinem, ähm, Doktoren. Ohne. Alter, ich muss jetzt kurz ein... Wie bin ich denn da reingekommen? Hä? Okay, also ich bin wirklich im Baum gewesen. Zerwittig. Schön, es ist, äh, ja. Ich bin jetzt auch mal geschafft. Habe ich durchgeiframed? Ohne Ding ist das. I-Frame Wuppi. Tosteln, sieben seva Name Ego aus wie sone kleine Matrose. äh, Pimp hier denkt ihr, oder? Pimp hier? Hallo? Hallo? Das ist Lenny Slasher Kostüm, oder? Ich hab schon gesehen, dass ihr Partner-Look habt, ich hab das Kostüm nicht für die Dicaya. Gibt's doch, glaub ich, gar nicht. Gibt's doch, glaub ich, gar nicht. Der Ono ist schon super gechillt, ne? Finde ich. Komischerweise fällt mir Ono ein einfacher als Anna von Geifel, ne? Im Steam. Gibt's bitte Skip? Möchtest du kein Despacito hören? Das ist ein Problem mit dem Despacito. Das ist ein Problem. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ich muss da wirklich, was es gibt. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Covers es davon gab, ne? von dem das passiert gefühlt zwanzig stück oder vielleicht sogar noch mehr we don't talk anymore Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was hast du gemacht heute im Zoom? Bisschen getern und jade und glück abbejaden oder liegt eher bescheiden? Bei deiner Abbildung klappt es auch weh. Ich habe doch aber die Rückhand genommen. Wie gesagt, du hast noch 3 Units. Du hast jetzt doch einen gecached. Ah, ok. Also nicht im Cashen die anderen benutzt, ne? Ok. Sehr gut. Das andere wäre auch echt einfach nur Geldverschwendung gewesen meiner Meinung nach. Wenn man hat viel Geld, dann kann man sich das leisten. Ja. 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 Da sind die Ty3 mit Potten auf 4. wenn ich die auf T4 mal... ne, verschwindet eigentlich nicht. Sind meine Skills damals verschwunden? Ne, die wären da gewesen, ne, als ich von T3 auf T4 gemacht hab? Ich glaub, die wurden mit übernommen. Bei der Metamorphose. Ich glaub, das ist nur von T3 auf T4 was du erinnerst. Ja. Sollte eigentlich da bleiben. Ich mein auch, dass ich meine Skills damals hatte. Eben weil die so gut waren, hab ich ja die Metamorphose gemacht. Sonst hat's ja gar keinen Sinn gemacht, die Metamorphose. Wenn ich davon nur hätte anfangen müssen. Ja, wenn du happy bist, dann mit der Fähr. Pass auf. Vielleicht hast du ja Glück und wir kriegen zwischendurch nochmal diese Dingskugeln, wo du die Talente auch nochmal anpassen kannst. Heißt du aber, der Film? Da musst du nicht unbedingt reincashen. Das kostet immer bisschen Euro, ne? Ein Versuch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaub, ich pack jetzt schon wieder in den Baum hier rein. Eine Kugel 2,50. Ja klar. Ist schon nicht wenig. Ich find's trotzdem viel, muss ich sagen. Dann warte ich lieber, bis wir wieder so ein paar Kugeln haben und besser nochmal das ein oder andere aus, weißt du? Hm. Sag ich ja. Ich bin da auch nicht der Fan von den vielen Kugeln zu kaufen. Die Musik hat gerade so ein bisschen was von Ihnen. ariel die melanchol von der melodie du machst ja auch so heftig schwarz steiner dieses mal ne so 1000 von beiden, so 1050 bei 4 stunden grind schon heftig